engen Rock etwas emporziehen, konnte man aufs Dach hinaustreten, auf eine Zinne mit rostigem Geländer, mit vermostem Kies und Teer, der an den weißen Schuhen klebte, und abermals mit viel Romantik, mit gurrenden Tauben in der Dachrinne, mit Giebeln ringsum, mit Lukarnen und Kaminen und Brandmauern, mit Katzen, mit Höfen voll wilder Teppichklopferei, mit Geranien mit flatternder Wäsche und Geläute vor Münster. Ein Lehnsessel, der einst im Brockenhaus der Heilsarmee gekauft, war leider damals schon nicht mehr zu benutzen, das Tuch war morsch, und man setzte sich besser auf den Kehrichteimer, was für Sibylle, die Gattin meines Staatsanwaltes, offenbar gleichfalls von einem ganz besonderen Reiz war. Jedenfalls hat man den Eindruck, sie erinnere sich trotz allem nicht ungern an jenes Atelier. Drinnen gab es einen großväterlichen Schaukelstuhl, wo man sich wippen lassen konnte, was ja unweigerlich eine Stimmung des Übermuts, des gelassenen Übermuts erzeugt, und alles, was es hier gab, hatte für Sibylle, wenn sie aus ihrem ordentlichen Haushalt kam, den Zauber des Provisorischen. Der Schlauch am Wasserhahn war stets nur mit einer Schnur befestigt, ein Vorhang hing an Reißnägeln, dahinter stand ein alter Koffer mit schweren Scharnieren, jetzt als Wäschetruhe verwendet. Wohin man blickte, hatte man in diesem Atelier das erregende Gefühl, jederzeit aufbrechen und ein ganz anderes Leben beginnen zu können, also genau das Gefühl, das Sibylle damals brauchte. Ihr erster Besuch war ein Überfall gewesen. »Ich komme nur auf einen Sprung«, sagte sie, und hätte selber nicht geglaubt, dass sie dann bis Mitternacht bleiben würde. »Ich muss doch einmal sehen, wo du eigentlich arbeitest und wohnst.« Stiller war unrasiert, infolgedessen etwas verlegen. Er gab ihr einen Cinzano. Und während er sich hinter dem Vorhang am Schützstein rasierte, guckte Sibylle sich an, was so an den Wänden hing, eine afrikanische Maske, das Bruchstück eines keltischen Beils, ein Bildnis von Josef Stalin, das später verschwand, und ein berühmtes Plakat von Toulouse-Lautrec, ferner zwei verblasstbunte Banderillas aus Spanien. »Was denn das?«, fragte sie. »Das brauchen Sie beim Stierkampf«, erklärte er kurz, nach wie vor mit seinem Bart beschäftigt. »Ach ja«, sagte Sibylle beiläufig, »du bist ja einmal in Spanien gewesen. »Sturzenegger erzählte uns so eine tolle Geschichte von dir.« Sie saß im Schaukelstuhl und lachte. »Du, mit einem russischen Gewehr?« Seine Schweigsamkeit zeigte, dass sie ihn verletzt hatte, was ihr natürlich leid tat. »Sturzenegger ist ein Idiot«, sagte er hinter seinem Vorhang. »Überall hausiert er mit dieser blöden Geschichte.« »Ist sie denn nicht wahr?« »Jedenfalls nicht so, wie Sturzenegger sie erzählt«, antwortete er missmutig genug, so daß Sibylle sich nicht weiter nach der Geschichte mit dem russischen Gewehr erkundigte. Sie wollte ablenken, indem sie sagte, »Aber in Spanien bist du doch gewesen.« Sibylle ärgerte sich über sich selbst. Man hätte wahrhaftig meinen können, sie wäre gekommen, um stiller über Spanien auszuforschen. Man hatte sich auf einem sogenannten Künstlermaskenball kennengelernt, damals namenlos, infolgedessen frei von allerlei Hemmungen, man hatte Zärtlichkeiten ausgetauscht, und es war kaum drei Wochen her, Zärtlichkeiten, die später, da man sich in der Wirklichkeit begegnete, fast unglaubhaft erschienen, kaum anders als heimliche Erinnerungen an einen Traum, wovon der andere nichts weiß. Nachdem nämlich Sturzenegger sein Freund ihren Namen verraten hatte, war ein Wiedersehen schon aus Gründen der Neugier, wie das geküsste Gesicht ohne Larve aussehen würde, unvermeidbar gewesen. Man hatte sich zu einem Aperitif getroffen, man hatte in der Folge davon, daß man sich ohne Larven noch viel mehr zu sagen hatte, einen Spaziergang gemacht, und das wiederum war kaum eine Woche her. Auch dieser Spaziergang, scheint es, hatte zu Zärtlichkeiten geführt, die jetzt, da Sibylle in seinem Atelier stand, fast unglaublich erschienen, kaum anders als ihre Erinnerung an den Maskenball, also wie eine heimliche Erinnerung an einen Traum, wovon der andere nichts weiß. Daher eben diese Befangenheit, diese Verlegenheit des Gesprächs. »Hier also arbeitest du?« fragte Sibylle und fand es selber eine blöde, eigentlich überflüssige Frage. Sie schlenderte zwischen Skulpturen umher, nicht ohne Bangnis, gefasst darauf, daß Stiller gelegentlich seine Werke vorführen würde. »Du weißt«, sagte sie, »daß ich nichts von Kunst verstehe?« »Mein Glück«, sagte er hinter dem Vorhang und lenkte selber ab. »Du bedienst dich, nicht wahr? Der Cinsano ist zum Trinken gemeint.« Sibylle bediente sich. Sie stand mit dem Gläslein in der Hand vor irgendeinem Gips, als Stiller, nunmehr rasiert, hervortrat und sagte, »Das ist meine Frau.« Es war ein Kopf auf einem langen, säulenhaften Hals, eher eine Vase als eine Frau, seltsam. Und Sibylle war froh, daß keine Äußerungen von ihr erwartet wurden. »Ist es nicht furchtbar für deine Frau?« fragte sie immerhin. »Ich fände es furchtbar, wenn du mich so in Kunst verwandeln würdest.« Und damit war das Gespräch über seine Arbeit eigentlich erledigt, ohne daß sich ein anderes ergab. Sie standen nun, als wären sie da, um Cinsano zu kosten. Nichts weiter. Beide um einige gerade blöder, als sie in Wirklichkeit waren, und all dies vermutlich nur aus begreiflicher Furcht, daß sie bei der leisesten Berührung neuerdings in Zärtlichkeiten verfallen würden, ohne einander wirklich kennen zu lernen. »Warum interessiert dich das?« fragte Stiller, »das mit dem russischen Gewehr.« Es interessierte Sibylle nicht mehr und nicht weniger als irgendetwas aus seiner unbekannten Vergangenheit. Es war Stiller, der nicht von Spanien loskam, scheint es, von den verblasstbunten Banderillas mit ihren spitzen Widerhaken. Um nicht die Geschichte mit dem russischen Gewehr erzählen zu müssen, die ihm offenbar peinlich war, hatte Stiller nun begonnen, einen spanischen Stierkampf zu schildern, und zwar genau. Er stellte seinen Cinsano irgendwo hin, um freie Hände zu haben. Die beiden gekreuzten Banderillas nahm er übrigens nicht von der Wand, er schien sie zu fürchten. »Ja, ja,« sagte Sibylle ab und zu, »ich verstehe.« Stiller schien von der Stierkämpferei sehr fasziniert zu sein, und Begeisterung fand Sibylle stand ihm vortrefflich, besser als jede Larve. »Und jetzt?« erklärte Stiller, »jetzt kommt der Matador!« Für Sibylle war der Stier schon lange tot. »Wieso erst jetzt?« meinte sie, »wenn der Stier tot ist.« Sie hatte nicht aufgepasst, jedenfalls nicht auf den Stierkampf, sondern nur auf sein Gesicht. Stiller musste die ganze Reportage von vorn beginnen. Warum war es so unerlässlich, dass Sibylle sich einen spanischen Stierkampf vorzustellen vermochte? »Pass auf!« sagte Stiller. »Ich bin der Stier!« Er stellte sich mitten ins Atelier, und Sibylle musste sich aus dem Schaukelstuhl erheben, um die Rolle des Torero zu übernehmen. Sie lachte über diese Rollenverteilung. Sibylle hatte gar kein Bedürfnis, einen Stier zu töten. Stiller fand sie durchaus in Ordnung, diese Verteilung der Rollen. Sibylle brauchte nicht einmal ihr Hütchen abzulegen, im Gegenteil, ein Torero kann nicht zierlich genug sein. Also erstens, der Stier kommt in die Arena, und Sibylle musste sich vorstellen, ringsum die blendende Helle des besonnen Sandes, Leben und Tod, Helle und Schatten teilen die Arena, ringsum Arkaden voll Volk, bunt wie ein Beet und schwirrend von Stimmen, die nun verstummen. Denn nun tritt Sibylle, der Torero, etwas näher. Eigentlich sind es mehrere, die den Stier mit ihren roten Tüchern reizen, doch Stiller begnügt sich jetzt mit Sibylle. Der Stier, schwarz wie Pech, steht in der Mitte wie in einem riesenhaften Trichter, und der Kampf beginnt spielerisch, geradezu balletthaft. Die geschwenkten Tücher übrigens sind nicht sehr rot, vielmehr von der Sonne gebleicht und eher rosa. Aber kurz und gut, der Stier weiß nicht recht, was er soll, und wehrt sich nur beiläufig, stößt mit seinen Hörnern ins Leere, stoppt plötzlich seinen Lauf, sodass Staub aufwölkt. Bis hierher war's eine Neckerei, nichts weiter. Ein Flirt. Und ebenso gut könnte man aufhören. Der schwarze Stier ist unverletzt und könnte irgendwo einen Pflug über andalusische Äcker ziehen. Sibylle fand es scheußlich, als er von den Picadores erzählte, die nun auf ihren erbärmlichen Schindmähren kommen und ihre Lanze in den Nacken des Stieres bohren, um seine Kampfwut auszulösen. Sibylle zog unwillkürlich ihren Hut ab. Die Fontäne von pulsendem Blut, von purpurnem Blut, das nun über das schwarze Fell des keuchenden Tieres strömt und glänzt, machte sie ganz nervös. Sibylle versicherte, sie könnte sich nie einen wirklichen Stierkampf ansehen. Aber das änderte für Stiller den ehemaligen Spanienkämpfer nichts daran, dass der verwundete Stier nun angriff. Und als die alte Schindmähre, die der wütende Stier auf seine Hörner genommen hat, mit aufgeschlitztem Bauch und mit einer nachgezogenen Girlande von Gedärmen aus der Arena geschleift wird, musste Sibylle sich setzen. »Hör auf!« sagte sie mit beiden Händen vor dem Gesicht. »Aber nun«, meinte Stiller, »kommt ja die unvergleichlich schöne und elegante Phase, mit eben diesen bunten Banderillas, wonach Sibylle sich erkundigt hatte, und da Sibylle auf der Couch sitzen blieb, musste Stiller wohl die Rolle wechseln, überließ den Stier nun ihrer Vorstellung, um die Verwendung dieser Banderillas zu demonstrieren. Stiller nahm die Spießlein aber nicht von der Wand, wie gesagt, er schien sie zu fürchten, als hätte er persönlich schon die Erfahrung eines Stiers gemacht. Er demonstrierte also ohne Requisit, nämlich beide Arme empor, so graziös als möglich, den gestreckten Körper ganz auf die Fußspitzen gestellt, um eine Höhe zu haben, Bauch eingezogen, damit der anlaufende Stier mit seinen spitzen Hörnern ihn nicht erwischt und nicht aufschlitzt, und dann, jetzt musste Sibylle genau hinsehen, dann wie ein Blitz hinein mit den beiden bunten Spießlein, hinein in den Nacken, nicht einfach in den Stier hinein, sondern genau in den Nacken, graziös, präzis. Sibylle hatte Mühe, seine Bewunderung zu teilen. Er sagte immer, das ist schon etwas, und ließ keine Ruhe, bis sie wenigstens mit Nicken anerkannte, dass Graz hier angesichts der Todesgefahr schon eine Leistung sei. Und der Stier? fragte sie mit einem parteiischen Unterton. Und der Stier? Der hat nun wohl gemerkt, dass es auf Leben und Tod geht und dass er keine andalusischen Äcker mehr pflügen wird. Von Blut überströmt, im Nacken eine baumelnde Garbe von sechs solchen Banderillas, die mit Widerhaken in seinem Fleisch hängen, steht der Stier mit ersten Anzeichen von Ermattung und wehrt sich gegen seinen Schmerz, schüttelt seine Garben von bunten Spießen, aber vergeblich. Stiller zeigte ihr die Widerhaken an den beiden Banderillas. Und das soll schön sein? fragte sie. Stiller nannte es nicht schön, aber etwas daran schien es faszinierte ihn, etwas Schmerzliches auch, fast etwas Persönliches. Er nahm im Gegensatz zu der Dame betontermaßen keine Partei, aber er erlebte es sehr von der Seite des Stiers, griff einmal an seinen Nacken, als hätte er diese Garbe von bunten Banderillas erfahren. Und so, meinte er sachlich, geht es in die letzte Runde. Sibylle sah sie sich von der Couch aus an, unfähig, ihre lange, schon zwischen die Lippen gesteckte Zigarette anzuzünden. Danke dir, sagte sie und zeigte ihr Dunhill-Silber. Ich habe schon Feuer. Also die letzte Runde. Stiller etikettierte sie, Graz hier gegen rohe Kraft, Licht gegen Finsternis, Geist gegen Natur. Der Geist erscheint als silbern-weißer Matador, die blanke Klinge unter dem roten Tuch, nicht um zu töten, oh nein, sondern um zu siegen, um die Figuren äußerster Todesgefahr zu bestehen, eine nach der anderen, ohne je einen Schritt zurückzuweichen. Eleganz ist alles, Feigheit ist schlimmer als Tod, es geht um einen Sieg des Geistes über das tierische Leben, und dann erst, wenn er seine Gefahren bestanden hat, dann erst darf er seine Klinge gebrauchen. Stille füllt die Arena. Der Stier mit aller Wut der Erschöpfung erkennt nochmals das rote Tuch, nimmt einen Lauf. Der silber-weiße Matador bleibt stehen, und die Klinge, ja, sie steckt. Das Volk tobt vor Beifall, und der Stier steht mit gespreizten Beinen, wartet. Plötzlich knickt er vornüber oder bricht zur Seite, um zu sterben. Seine Augen verdrehen sich, seine Beine strecken sich, der Rest ist ein dregloser Klumpen, eine schwarze Masse, Hüte wirbeln in die Arena hinunter, Blumen, Damenhandschuhe, Zigarren, Korbflaschen Orangen. Dann endlich brauchte Sibylle ihr silbernes Dunhill-Feuerzeug, und das Gespräch war wieder offen. Zu Zärtlichkeiten kam es nicht. »Deine Frau ist Tänzerin?«, fragte Sibylle irgendwann einmal, ohne viel zu erfahren von dieser Frau, die Stiller in eine Vase verwandelt hatte. Ja, nach seinem Verhalten zu schließen, handelte es sich wirklich nur um eine schöne, seltsame, tote Vase, womit Stiller verheiratet war, um ein Etwas, das nur vorhanden war, wenn er daran dachte, und Stiller hatte zur Zeit gar keine echte Lust, daran zu denken. Ob es andererseits viel ergiebiger war, was Sibylle von ihrem Rolf erwähnte? Jedenfalls meldete sie eines nicht, dass Rolf ihr Mann an jenem Abend in London weilte und erst am nächsten Tage heimkehren würde. Wozu sollte sie Stiller damit irritieren? Es irritierte sie selber schon genug, um diese Freiheit zu wissen. »Hat dir Sturzenegger einmal unsere Pläne gezeigt?« fragte sie, und damit, siehe da, kam es plötzlich zu einem vernünftigen Gespräch, denn Stiller entpuppte sich als ein leidenschaftlicher Anhänger moderner Architektur, wusste auch einiges, jedenfalls genug, um Sibylle zum ersten Mal an ihrem eigenen Bau zu interessieren, ja begeistert zu machen, begeistert von ihrem künftigen Haus. Es war, so sagt sie, ein dermaßen schönes, sachliches, vernünftiges Gespräch, dass Stiller ohne weiteres sagen konnte, »Du bleibst doch zum Abendessen?« Eigentlich, versteht sich, hatte Sibylle nie und nimmer daran gedacht, zum Abendessen zu bleiben, höchstens mit der Möglichkeit gerechnet, dass man irgendwo in der Stadt zusammen essen würde. »Kann ich dir etwas helfen?« fragte sie etwas verlegen, als Stiller bereits eine Pfanne mit Wasser füllte, nach wie vor von Architektur sprechend und dann diese Pfanne auf den altertümlichen Gasherd stellte. »Magst du Reis?« erkundigte er sich nebenbei, feuerzündend. Natürlich war Sibylle entschlossen, spätestens gegen neun oder zehn Uhr aller spätestens aufzubrechen. »Reis!« antwortete sie endlich. »Das ist ja wunderbar!« Die Zutaten zu einem einigermaßen spanischen Reis und zu Ehren des Stierkampfes kam nur ein spanischer in Frage, mußte Stiller allerdings noch beschaffen, es eilte, sonst würden ihm die Läden vor der Nase geschlossen. Nach einem kurzen Blick in sein Portemonnaie, das offenbar nicht jederzeit gefüllt war, entfernte sich Stiller, ließ seine Besucherin allein im Atelier. Sibylle war es in dieser halben Stunde etwas seltsam zumute. Was wollte sie? Und was wollte sie nicht? Nun hatte sie ja Bedenkzeit. Sie stand am großen Fenster, wo man auf das Großmünster sah und rauchte, versuchte sich zu erinnern, wo sie ihren Wagen, Rolfs Wagen, geparkt hatte und konnte sich nicht erinnern, so viel anderes ging ihr durch den Kopf. Lächerlich! Ein Abendessen in einem Atelier, was war denn dabei? Sibylle war damals 28-jährig. Zweimal in ihrem Leben hatte sie geliebt, nicht mehr und nicht weniger, und jedes Mal war es ein Einbruch in das Leben gewesen, in das Leben des Anderen. Der erste Mann, den sie liebte, ein Professor, dem sie ihre Maturität verdankte, ließ sich scheiden, und der zweite Mann heiratete sie. Zu bloßer Spielerei war sie nicht begabt. Oder ließ sich das lernen? Ein kreuzfideler Maskenball, Pierrot, so wie sie Stiller vor drei Wochen erlebt hatte, dazu ein Künstler, also ein Mensch ohne besondere Moral, ein voraussichtlich recht erfahrener Keckling, mit so viel Kultiviertheit, immerhin, dass er später keinen Namen nennt, mag sein. Das wäre just das Richtige gewesen, um Rolf, ihrem selbstsicheren Gatten, einmal den lange schon nötigen Schrecken einzujagen. Nur, Stiller war alles andere als ein Keckling, schien es. Je näher sie ihn kennenlernte, umso scheuer war er, umso sympathischer, und in Wirklichkeit, hier in seinem Atelier, war von einem kreuzfidelen Pierrot nicht mehr viel zu merken. Stiller war ein witziger, doch heimlich sehr bedrückter Mann, einer, der unsichtbare Banderillas im Nacken hatte und blutete. Auch war er verheiratet. Warum wohnten sie nicht zusammen? Stiller und diese Balletöse, es war alles sehr unklar. War das nun eine gescheiterte Ehe oder eine vollkommene? Keinesfalls war es einfach. Was würde geschehen, wenn Sibylle ihn wirklich liebte und diese Gefahr bestand? Dann wieder sagte Sibylle zu sich selbst Unsinn und stellte die Gasflamme etwas kleiner, da das Wasser mit Reis bereits kochte, die verschiedenen Männer sein können. Es war Sibylle noch nicht vorgekommen, dass ein Mann für sie einkaufte und kochte, all dies ohne im Mindesten zu fragen, was er einkaufen und wie er kochen sollte. Einmal klingelte übrigens das Telefon. Natürlich nahm sie nicht ab. Das Klingeln hatte Sibylle unverhältnismäßig erschreckt. War es seine Frau gewesen? Sibylle hatte keinen Grund, sich seiner Frau nicht in aller Unbefangenheit vorzustellen. Lächerlich. Sibylle wünschte es geradezu, dass jetzt seine Frau eintreten würde. Oder war es eine Geliebte, die da geklingelt hatte? So schrill, so hartnäckig geklingelt hatte? Seine Spachtel auf dem großen Tisch, die vollen Aschenbecher allenthalben, die Sibylle gerne gelehrt hätte, allerlei unbekanntes Werkzeug, die nicht gerade sauberen Küchentüchlein, Zeitungen überall, eine Krawatte an der Türe, all dies war sehr männlich. Seine Bibliothek eher jünglingshaft, verglichen mit Rolfs akademischen Bücherwänden und Josef Stalin nicht ganz so erschreckend wie sonst, immerhin fremd, nicht ihr Typ. Sibylle war froh um alles, was sie befremdete, und fremder noch als Josef Stalin erschienen ihr, glaube ich, seine Skulpturen. Ob Stille ein wirklicher Künstler war? Sie gab sich zu. In einer Ausstellung würde sie an solchen Sachen vorbeigehen. Sie zwang sich, nicht daran vorbeizugehen, sondern sich ein Urteil zu machen, das sie vor Liebe bewahrte. Das fiel ihr nicht schwer. Sie liebte auch Picasso nicht, damals noch nicht. Und so ähnlich waren auch diese Dinger. Sibylle konnte sich nicht erinnern, seinen Namen je in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen zu haben. Aber auch dann, wenn Stiller kein wirklicher Künstler war, bewahrte es sie denn davor, ihn zu lieben? Es lockte sie schon sehr, da und dort eine Schublade aufzuziehen. Natürlich tat sie es nicht. Stattdessen blätterte sie in einem Skizzenbuch, bestürzt im Gefühl, sich in einen Meister verliebt zu haben, nach seinen Skizzen zu schließen. Warum kam er übrigens so lange nicht? Hoffentlich war ihm nichts zugestoßen. Als Stiller eintrat, Papiersäcke im Arm, stand Sibylle gerade vor einem Akropolis-Foto mit schönen Gewitterwolken. »Bist du auch in Griechenland gewesen?« fragte sie. »Noch nicht«, antwortete er munter. »Aber wir können hinfahren. Jetzt sind die Grenzen ja wieder einmal offen.« Er hatte seine Büchsenkrabben bekommen, auch Paprika, statt Kaninchen etwas Geflügel, Tomaten, Erbsen, Sardinen, statt anderer kleiner Fische, und die Kocherei konnte beginnen. Sibylle durfte in den Tisch decken, Gläser spülen, Teller wärmen. Auch den Salat musste er selber zubereiten. Sibylle durfte nur kosten, begeistert sein und den Holzteller abwaschen. Als wieder das Telefon klingelte, nahm Stiller nicht ab und eine Weile lang schien seine Munterkeit verloren zu sein. Als der valencianische Reis auf dem Tisch stand und duftete, wusch Stiller sich die Hände, trockente sie mit männerhafter Gelassenheit, als wäre kein Anlass zu festlicher Aufregung. Man setzte sich zum ersten gemeinsamen Mal. »Wie schmeckt's?« fragte er, und Sibylle erhob sich, wischte sich den Mund und gab ihm den verdienten Kuss für seine männliche Kochkunst. Rolf konnte sich nicht einmal ein Rührei machen. »Sie stießen an.« »Also, Prosit«, sagte er, etwas verlegen. Es folgte ein sachliches Gespräch über den doch beträchtlichen Unterschied zwischen Büchsenkrabben und Frischenkrabben. Und so weiter. Als es vom nahen Großmünster herab zehn Uhr schlug, laut genug, sodass Sibylle es nicht überhörte, war trotz aller Vorsätze an Aufbruch nicht zu denken. »Du darfst nicht vergessen«, sagte Stiller gerade, »ich war wahnsinnig jung. Eines Tages erwachst du und liest es in der Zeitung, was die Welt von dir erwartet.« »Die Welt!« Genau besehen ist es natürlich nur ein freundlicher Snob, der das geschrieben hat. Aber plötzlich bist du eine Hoffnung. Und schon kommen die Arrivierten, um dir die Hand zu schütteln, weißt du, liebenswürdig, aus lauter Furcht, wie vor einem jungen David. Das ist lächerlich. Aber da stehst du nun mit deinem Größenwahn, bis endlich, Gott sei Dank, so ein spanischer Bürgerkrieg losgeht.« Sibylle verstand. »Irun«, erzählte er, »das war die erste Dusche. Ich werde diesen kleinen Kommissär nie vergessen. Für den war ich nun gar keine Hoffnung.« Er sagte es nicht, aber er blickte mich an wie eine Niete. Was ich unter Marxismus verstand, war Lyrik. Immerhin, ich hatte schon eine Rekrutenschule hinter mir, Ausbildung im Handgranatenwerfen, ein Kenntnis des Maschinengewehrs. Und dann hatte ich noch einen Freund, einen Tschechen, der für mich bürgte.« Stiller erzählte sehr langsam, füllte sein Glas mit Chianti und hielt es, ohne zu trinken. »Saragossa«, fuhr er fort, »das war die zweite Schlappe. Ich meldete mich als Freiwilliger. Wir waren abgeschnitten und jemand musste versuchen, durch das feindliche Feuer zu kommen. Ich meldete mich als Erster, aber sie nahmen mich nicht. Verstehe ich nun? Ein Freiwilliger, den man stehen lässt. Kannst du dir vorstellen, wie mir zumute war?« »Warum nahmen sie dich nicht?« Ach, sie zögerten herum, bis ein anderer sich meldete. »Mein Freund, der Tscheche. Das war einer, der nicht seinen Tod suchte, sondern ein wirklicher Kämpfer.« »Was ist es ja doch?« meinte Stiller. »Eigentlich suchte ich damals bloß meinen Tod. Ohne es zu wissen, mag sein, aber man roch es mir an. Bei Fliegerangriffen war ich's, der nicht in Deckung ging und hielt es für Mut. Und drum ist es dann auch so gekommen, siehst du, damals am Tacho.« Nun hoffte sie bitte natürlich, die eigentliche Geschichte zu hören, aber vergeblich. Dann ging Stiller jedes Mal um den Brei herum, verzögerte sich in Nachträgen und Ergänzungen, dann wieder in einer umständlichen Topografie von Toledo, ein andermal in politischen Glossen. »Nimmst du noch einen Kaffee?« fragte er zwischenhinein. »Lass doch,« bat sie, »ich will gar keinen Kaffee.« »Wein trinkst du auch nicht,« sagte Stiller. »Was möchtest du denn?« »Deine Geschichte mit dem russischen Gewehr,« antwortete sie und Stiller, der sich wegen der Kaffeekocherei schon erhoben hatte und stand, zuckte die Achsel. »Das ist nicht viel zu erzählen,« sagte er. »Mein russisches Gewehr war tadellos, versteht sich. Ich hätte bloß abdrücken müssen.« Es folgte dies als letzter Exkurs eine ebenso sachliche wie überflüssige Schilderung der taktischen Lage, die Sibylle sowieso nicht begriff. Unterdessen war es elf Uhr geworden, man hörte wieder den Glockenschlag, der Sibylle nun schon beinahe vertraut war. Sie begriff nicht, warum diese Geschichte für Stiller eine solche Last war, spürte nur, dass diese Stunde für ihn, so sagt sie, eine Beichte bedeutete, die übrigens nicht Sibylle, sondern Stiller selber gewollt hatte. »Ich begreife nichts,« sagte Sibylle endlich. Doch Stiller unterbrach sie sogleich, »Warum ich nicht geschossen habe?« Das hatte Sibylle nicht gemeint. Er lachte. »Weil ich ein Versager bin, ganz einfach. Ich bin kein Mann.« »Weil du damals am Tacho nicht geschossen hast?« »Es war ein Verrat,« sagte Stiller mit unduldsamer Entschiedenheit. »Daran gibt es nichts zu deuten. Ich hatte einen Auftrag, ich hatte mich sogar darum beworben. Ich hatte den Befehl, die Fähre zu bewachen, einen vollkommen klaren Befehl. Was weiter? Es ging nicht um mich, es ging um tausend andere, um eine Sache. Ich hatte zu schießen. Wozu war ich in Spanien?« »Es war ein Verrat,« schloss er. »Eigentlich hätten sie mich an die Wand stellen sollen.« »Du hast noch nie mit jemand darüber gesprochen?« fragte sie. »Auch mit deiner Frau nicht?« Stiller schüttelte kurz den Kopf. »Warum denn nicht?« fragte sie weiter. »Du schämst dich vor ihr?« Stiller wich aus. »Wahrscheinlich kann deine Frau nicht verstehen, was das heißt. Ich war ein Feigling.« Nun war die Flasche leer, eine Chianti-Liter-Flasche. Stiller wirkte gar nicht betrunken. Er schien die Trinkerei gewöhnt zu sein. Ob diese Trinkerei nicht auch mit dieser Tacho-Geschichte zusammenhängt? Natürlich ging es nicht an, dass Sibylle ihn jetzt einfach umarmte. Stiller wäre sich unverstanden vorgekommen, wie alle Männer, wenn man ihrem Ernst einen anderen entgegensetzt. Ja, Stiller schien es schon gespürt zu haben, dass Sibylle sich eigene Gedanken gestattete und wiederholte mit apodiktischer Melancholie. Es war ein Versagen. »Und du hast erwartet?« lächelte Sibylle. »Dass du in deinem Leben nie versagen würdest?« Sie musste sich genauer erklären. »Du schämst dich, dass du so bist, wie du bist. Wer verlangt von dir, dass du ein Kämpfer bist, ein Krieger, einer, der schießen kann?« »Du hast dich nicht bewährt,« findest du damals in Spanien. Wer bestreitet es? Aber vielleicht hast du dich als jemand bewähren wollen, der du gar nicht bist.« Darauf ging Stiller nicht ein. »Ich sagte es schon,« meinte er. »Wahrscheinlich kann eine Frau das nicht verstehen.« Er strich ihr übers Haar, der unverstandene Mann mit seiner Tragik, und nun konnte Sibylle unter seiner zärtlichen Herablassung wie gefroren überhaupt nichts mehr sagen. »Stiller gefiel sich,« so sagt sie in seiner Verwundung. Er wollte nicht damit fertig werden. Er verschanzte sich. Er wollte nicht geliebt werden. Er hatte Angst davor. »Nun weißt du's,« schloss er und räumte die Gläser weg, »warum ich nicht geschossen habe. Wozu diese Anekdote? Ich bin kein Mann. Jahrelang habe ich noch davon geträumt. Ich möchte schießen, aber es schießt nicht. Ich brauche dir nicht zu sagen, was das heißt. Es ist der typische Traum der Impotenz.« Dieser Ausspruch, den er drüben in der Küchennische gemacht hatte, kränkte Sibylle, und sie stand auf. Sie bereute, dass sie in sein Atelier gekommen war. Sie fühlte eine Traurigkeit, die sie verbarg, und gleichzeitig tat Stiller ihr Leid. Warum wollte er nicht geliebt werden? Nicht wirklich geliebt werden? Es blieb ihr nur noch, die Rolle zu spielen, die Stiller ihr aufzwang, und zu plaudern, wie eine neugierig, verständnislos muntere, bis Stiller einmal hinausgehen musste. Sie wollte Stiller nie wiedersehen. Als er aus dem Treppenhaus zurückkam, von dem unvermeidlichen Wasserrauschen begleitet, hatte Sibylle sich bereits gekämmt, ihre Lippen waren mit frischem Rouge bemalt. Auch ihren Hut hatte sie bereits aufgesetzt. Stiller war baff. »Du gehst?« fragte er. »Es ist bald Mitternacht«, sagte sie und nahm auch ihre Handtasche. Stiller entgegnete nichts. »Dummer Mensch«, sagte sie plötzlich. »Wieso?« fragte er vom Schützstein herüber, wo er die Hände wusch. »Weil du einfach ein dummer Mensch bist«, lachte Sibylle. »Ich weiß nicht, warum.« Stiller blickte sie unsicher an, trocknete sich die Hände. Sie wussten beide nicht, was nun das nächste Wort sein sollte, und Stiller trocknete weiterhin seine Hände. »Komm«, sagte Sibylle, »lass uns wegfahren.« »Wohin?« »Weg von hier!« sagte sie. »Ich hab den Wagen unten. Hoffentlich hat's niemand gemerkt. Ich glaube, ich hab ihn gar nicht abgeschlossen.« Stiller lächelte wie über ein naives Mädchen. Es war seinem Gesicht nicht anzusehen, was sein Entschluss bedeutete. Jedenfalls öffnete er das kleine Küchenfenster, um den Rauch aus dem Atelier zu lassen, und nahm, ohne ein Wort zu sagen, seinen braunen Mantel vom Nagel, klopfte auf die Taschen, wie man es macht, um zu hören, ob man die Hausschlüssel hat. Dann blickte er Sibylle nochmals an, auch von seiner Seite ungewiss, was sie sich eigentlich dachte, und löschte das Licht. Das Liebesglück zu beschreiben, das Sibylle, die Gattin meines Staatsanwaltes, in den folgenden Wochen erlebte oder zu erleben hoffte, steht mir nicht an. Ob es so groß war, dieses Liebesglück, wie die beteiligten Gatten, Frau Julika Stiller-Chudi, einerseits, mein Freund und Staatsanwalt andererseits, in ihrer verschwiegenen Eifersucht vermuteten, scheint mir fraglich. Eine obdachlose Liebe, man kennt das, eine Liebe ohne Wohnung im Alltag, eine Liebe, die auf die Stunden der Verzückung angewiesen ist. Man weiß ja, früher oder später ist es eine verzweifelte Sache, Umarmungen im hohen Korn oder im nächtlichen Wald, eine Zeit lang ist es romantisch, aufregend, dann lächerlich. Eine Erniedrigung, eine Unmöglichkeit, die auch mit allem Aufwand gemeinsamen Humors nicht mehr zu retten ist, denn schließlich waren sie ja keine Gymnasiasten mehr, sondern zwei erwachsene Leute, ein Mann und eine Frau, beide schon einmal verheiratet. Sibylle verstand, so sagt sie seine Hemmungen, sie in seinem Atelier zu empfangen, wo ihn alles an seine kranke Julika erinnerte. Sie bedauerte es, denn sein großes und helles Atelier, wie gesagt, gefiel ihr sehr, aber sie verstand es. Was hätte Sibylle darum gegeben, eine gesunde Nebenbuhlerin zu haben, eine gleichwertige Frau, der man die Freundschaft oder den offenen Kampf antragen könnte, ja selbst eine Furie der Eifersucht, die überall in der Gesellschaft ihre moralischen Minen legt, oder eine Wirre mit lächerlichen Gasherddrohungen, eine wackere Nerrin, die schnurstracks zum Gegenehebruch schreitet, alles wäre Sibylle lieber gewesen als eine Kranke, die sich ins Sanatorium nach Davos entzog und die Gesunden jedenfalls ins Unrecht setzte, dazu eine Frau, die Sibylle nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, ein Gespenst. Aber so war es nun einmal, und sein Atelier kam also nicht in Frage. Was blieb ihnen, um sich zu treffen, anderes als Gottes freie Natur und ein paar Wirtschaften? Eine Regenwoche war für ihre Liebe katastrophal wie für andere Freilichtspiele und Sommernachtsträume. Die Wirtschaften fingen an, sich zu wiederholen, die Wege rings um die Stadt fingen an, nirgendwo hinzuführen, ihre Gespräche fingen an, melancholisch zu werden, witzig, aber melancholisch. Mit einem Wort, so ging es nicht weiter. Dabei liebten sie einander wirklich. Komm, sagte Sibylle eines Tages, fahren wir nach Paris. Stiller lächelte unsicher. Ich komme von der Bank, mach dir keine Sorge, sagte sie, wir müssen nur nachsehen, wann ein Zug fährt. Stiller bat die Kellner um einen Fahrplan. An Zügen nach Paris fehlte es nicht. Und einmal, im Juli etwa, brachten sie es tatsächlich bis auf den Bahnsteig, saßen auf der Bank unter der elektrischen Uhr, die Fahrkarten in der Tasche, ausgerüstet mit Zahnbürste und Pass. Fahren wir oder fahren wir nicht? fragte Stiller, als läge die Hemmung einzig und allein bei ihr, nicht bei ihm. Bereits ging der Schaffner von Wagen zu Wagen. Einsteigen, rief er, einsteigen bitte. Stiller tat ihr Leid. An seiner Entschlossenheit, ihre Wünsche endlich in die Tat umzusetzen, war nicht zu zweifeln, aber plötzlich hatte Sibylle alle echte Lust verloren. Es störte sie das Verbissen an seiner Entschlossenheit. Und Julika? fragte sie. Unterdessen zuckte der Zeiger der elektrischen Uhr von Minute zu Minute. Im Grunde war Stiller, so sagt sie, doch froh, dass das Zögern wenigstens scheinbar von Sibylle kam, während er ihr Gepäck in der Hand die männliche Rücksichtslosigkeit in Person darstellte. Von Wagen zu Wagen wurden bereits die Türen geschlossen. Sibylle blieb sitzen, sie spürte so deutlich, dass das Gespenst schon drinnen saß, und Sibylle hatte keine Lust, mit einem Gespenst durch Paris zu gehen. Der Zug fuhr, man blieb auf dem Bahnsteig zurück mit dem Beschluss, dass Stiller zuerst nach Davos fahren würde, um mit der kranken Julika in aller Offenheit zu reden, denn anders ging es ja nicht. Im August fuhr Stiller nach Davos. Ihrerseits fühlte Sibylle sich vollkommen frei, auch wenn ihr die bemerkenswerte Gefasstheit ihres Mannes, so sagt sie, nachgerade auf die Nerven ging. Bei jedem schwarzen Kaffee, sobald der kleine Hannes nicht dabei war, wartete sie auf die Auseinandersetzung. Vergeblich. Rolf sagte bloß, wenn du Donnerstagabend noch frei bist, da wäre dieses Orgelkonzert im Fraumünster. Sibylle bediente die Kaffeemaschine. Ich bin nicht frei, sagte sie, und damit war das Orgelkonzert erledigt. Rolf war zum Umbringen, fand sie. Er gewährte ihr eine Freiheit, eine Unabhängigkeit, die nachgerade kränkend wurde. Ich verstehe dich nicht, platzte nicht etwa Rolf, sondern Sibylle. Du weißt genau, dass ich jemanden liebe, dass ich ihn fast täglich treffe, und frag's nicht einmal, wie er heißt. Das ist doch eine Farce. Rolf lächelte. Wie heißt er denn? Auf eine solche Herablassung hin konnte Sibylle es natürlich nicht sagen, und man wartete wortlos auf den Kaffee. Das habe ich dir gesagt, plauderte Rolf, dass sie mich zum Staatsanwalt haben wollen? Rolf hatte immer etwas, um auszuweichen, etwas Wichtiges, etwas Sachliches. Endlich kochte der Kaffee in der Glaskugel der Dampf Pfiff. Auch mit Rolf fand sie ging es so wie bisher nicht weiter. Unter anderem begann auch das Geld plötzlich eine Rolle zu spielen, nicht für Rolf, aber für Sibylle. Es verletzte sie insgeheim, wie selbstverständlich ihr lieber Stiller es hinnahm, dass alles, was Sibylle auf dem Leibe trug, von Rolf bezahlt war. Stiller verdiente fast nichts, gewiss, und er konnte nicht auf die Bank gehen, sie verstand es, und doch verletzte es sie insgeheim, ja gegen alle Vernunft. Höchstens spöttelte Stiller einmal über die Verwöhntheit der Dame, befühlte ihren neuen Stoff, lobte ihren guten Geschmack in Farben, ohne je auch nur auf den Gedanken zu kommen, den Sibylle ihm sogleich mit aller Zärtlichkeit ausgeredet hätte, versteht sich auf den Gedanken nämlich, dass Sibylle sich nicht länger von Rolf, ihrem Gatten, ausstatten lassen dürfte. Stiller störte es gar nicht, nein, und auch Rolf störte es nicht. Manchmal, so sagt sie, fand sie beide Männer unmöglich. Dann juckte es sie, übrigens sollte ich Geld haben, sagte Sibylle, aber ziemlich viel, nämlich wir haben im Sinn, diesen Herbst zusammen in Paris zu verbringen. Sie blickte ihn von der Seite an, nachdem sie es gesagt hatte, Rolf schwieg. Es geschah das einzig Unerwartete, nämlich nichts. Sie füllte sein Tesslein und stellte es ihm hin. Danke, sagte er. Entweder hatte Rolf ihr Mann etwas dagegen, dass sie mit einem anderen Mann und mit Rolfs Geld nach Paris fährt, oder Rolf hat nichts dagegen. Etwas anderes, so hatte sie gemeint, gibt es nicht. Sibylle füllte ihr eigenes Tesslein. So, sagte er lediglich, ihr wollt nach Paris. Sie ließ es nicht an Aufklärung fehlen. Ich weiß nicht, für wie lange, vielleicht nur für ein paar Wochen, vielleicht auch für länger. Rolf sprang nicht von seinem Sessel, er schmetterte kein Tesslein an die Wand. Dieser Rolf mit seiner lächerlichen Gefasstheit, geschweige denn, dass er auf die Knie fiel und Sibylle anflehte, Vernunft anzunehmen und bei ihm zu bleiben, nichts von alledem. Einen Augenblick lang war Rolf etwas errötet. Er hatte wohl angenommen, die Geschichte mit ihrem Maskenball Pierrot hätte sich erledigt, und nun musste er sich von neuem mit der Tatsache ihres glückseligen Ehebruchs abfinden. Warum aber zum Donnerwetter musste er? Rolf rührte in seinem Kaffee. Warum warf er keinen Blumentopf nach ihr oder wenigstens ein Buch? Als sie sein Tesslein etwas zittern sah, regte sich keine Reue in ihr, nicht einmal Mitleid, eher Enttäuschung, Bitterkeit, Hohn, Traurigkeit. Oder hast du etwas dagegen? fragte sie und gab ihm den Zucker hinüber, entwickelte nun ihre Gründe. Du weißt ja, wie das ist, hier gibt es doch nur ein Geschwätz, wenn man mich sieht. Mir macht es nichts aus, aber für dich ist es doch unangenehm. Vor allem jetzt, wo sie dich als Staatsanwalt haben wollen, sicher ist es auch für dich viel besser wie leben in Paris. Sie sah ihn an. Oder was findest du, Rolf? Er trank, rührte, trank, blies und trank, als ginge es jetzt vor allen Dingen um die Erledigung dieses heißen Kaffees. Ganz beiläufig kam seine sachliche Frage, ja, und wie viel Geld brauchst du denn etwa? Feige, wie Männer ja sind, wenn sie einmal nicht selber die Attacke führen, verschanzte er sich sofort im Sachlichen, während Sibylle doch hören wollte, was er empfände, was er hoffte. Sibylle mit einem anderen Mann in Paris war es ihm denn gleichgültig, fand er es in Ordnung, fand er es untragbar? Sibylle fragte ihn klipp und klar, was denkst du denn? Rolf stand nun am großen Fenster, zeigte ihr seinen breiten Rücken, beide Hände in den Hosentaschen, wie immer die Zuschauer bei einer Feuersbrunst. Sie fand seinen Rücken so breit, seinen Kopf so rund und dick. Sie schoss auf seine Ruhe. Ich liebe ihn, sagte sie ungefragt. Wir lieben einander wirklich, fügte sie hinzu, sonst würden wir ja nicht zusammen nach Paris gehen, das wirst du mir glauben, ich bin ja nicht leichtsinnig. Und dann müssen ja die Männer stets wieder an die Arbeit, ja, ja, es war schon zehn Minuten nach zwei, Sitzung, die Sebastian ihrer Unabkömmlichkeit, Sibylle kannte das. Wenn Rolf jetzt nicht an seine Arbeit geht, fällt die ganze Menschheit in einen Zustand verheerender Rechtlosigkeit. Das musst du schon selber wissen, sagte er kurz, was du für richtig hältst. Und dann, nachdem er seinen Mantel angezogen hatte, wobei er die Knöpfe in die falschen Löcher wirkte, so dass die Gattin ihn zurecht knöpfen musste, fügte er etwas melancholisch hinzu, du musst tun, was du für richtig hältst. Und ging. Und Sibylle allein im Zimmer heulte. In diesem Sinn war Sibylle also frei. Stiller hingegen kam unverrichteter Dinge von Davos zurück, Tat, als läge seine Ballettöse im Sterben und eine Reise nach Paris kam selbstverständlich unter solchen Umständen nicht in Frage. Einmal mehr saßen sie an einem Waldrand. Ringsum wurde bereits das reife Korn geschnitten, der Sommer verging, Gewitter türmten sich über dem blauen See, eine Hummel brummte ihren Zickzack durch die sommerliche Stille, über den Feldern zitterte die Bläue, aus den Gehöften gackerten die Hühner und die Welt war eine tadellose, gelungene, erfreuliche, geradezu begeisternde Sache. Nur ihr Glück, oder was sie sich von ihrer Liebe versprachen, war sehr kompliziert. Stumm saßen sie auf der Erde, zwei Ehebrecher in zärtlicher Verflechtung ihrer Hände, jedes mit einem Halm zwischen den sorgenvoll verbissenen Lippen und das Einzige in dieser Welt, was nicht kompliziert wäre, schien ihnen die Ehe zu sein. Nicht die Ehe mit Rolf und nicht die Ehe mit Julika, aber die Ehe zwischen ihnen. In In den Sibylle in jenem Sommer oder Herbst ohne Stiller jemals davon unterrichtet zu haben, ein Kind von ihm erwartet hat. Nun wäre es sechs Jahre alt. Eines Tages Ende September sagte Stiller am Telefon »Mach dich bereit, wir fahren nach Paris.« Sie traute ihrem Hörer nicht. »Ist es denn ernst?« Antwort der munteren Stimme »Warum nicht?« Halb noch im Zweifel, ob Stiller nicht scherzte, halb schon in heiterem Ernst fragte sie »Wann?« Antwort der munteren Stimme »Morgen, heute, wann du willst.« Die Züge nach Paris kannten sie ja auswendig. Da gab es eben diesen Nachtzug mit Einfahrt im ersten Morgengrauen durch die Vororte von Paris, dann Frühstück mit den frühen Arbeitern in einer Bar bei der Garde Leste, Kaffee und Brioche, anschließend bummel durch die großen Hallen voll Gemüse und Fisch, und plötzlich wie im Zaubermärchen war all dies zu haben? »Ich komme sein Konservator im Atelier, am Nachmittag musste Sibylle mit ihrem kleinen Hannes in den Zirkus gehen. »Also nach dem Zirkus«, sagte sie und legte den Hörer auf, benommen wie jemand, der einen Preis gewonnen hat, leer vor Glücklichkeit. Endlich schien es vorwärts zu gehen. Kurz vor sieben Uhr, nachdem sie Hannes ordentlich nach Hause gebracht hatte, war sie bei Stiller, der in seinem Atelier wie ein Rohrspatz Pfiff Mit der Reise nach Paris? Natürlich war es ihm ernst. Warum kam Sibylle ohne ihr Gepäck? Nun stellte sich allerdings heraus, dass Stiller ohnehin nach Paris fahren musste, nicht heute, nicht morgen, aber bald, nämlich einer Bronze wegen, die nur in Paris gegossen werden konnte und für die kommende Ausstellung, wie auch der Konservator fand, durchaus unentbehrlich war. Und Julika? Er hatte einen so prächtigen Vorwand und Julika hatte keinen Anlass, sich aufzuregen und ihre Fieberkurve zu steigern wegen dieser Reise. Sibylle begriff, sie sagte ganz einfach Nein. Stiller war gekränkt. Ich fahre, ja, sagte sie, tu das. Er fand sie komisch. Nun hatte man seit Monaten von diesem Paris geredet und geträumt und jetzt tu das, sagte Sibylle, fahre. Stiller fuhr, er musste ja ohnehin in der Hoffnung, Sibylle würde ihre Laune schon bereuen und nachfahren. Seine Hoffnungen interessierten Sibylle nicht mehr. Am anderen Tag beim schwarzen Kaffee sagte sie zu Rolf, ich fahre nicht nach Paris. Rolf gab sich Mühe auch in der Freude, seine bemerkenswerte Gefasstheit nicht zu verlieren. Dann sagte sie, aber ich fahre für eine Woche zu meiner Freundin nach St. Gallen. Und jetzt, siehe da, flog das Teslein an die Wand. Als Sibylle allein war, nahm sie das Telefonbuch auf die Knie, drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher, suchte die Nummer des Arztes, des einzigen, der dafür in Frage kam, und stellte die Nummer sogleich ein, wartete ohne ihr Herzklopfen zu hören. Sie war verwirrt nur über ihren Gleichmut. Es musste sein. Je rascher, umso besser. Rolf glaubte natürlich nicht einen Augenblick lang an die Freundin in St. Gallen. Er kam sich betrogen vor, zum Narren gehalten, und damit war es für ihn zu Ende. Die unselige Begegnung in seinem Büro, nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, wurde von seiner Frau natürlich etwas anders erlebt, als sicherte Sibylle, ging das verstockte Schweigen aus, sondern von ihm. Ich protokolliere. Fast eine Stunde lang hatte Sibylle in seinem Vorzimmer warten müssen, bis die Sekretärin kam, der Herr Staatsanwalt lässt bitten. Nach einem Händedruck, nach einem Augenblick auf der Schwelle, da Sibylle die Empfindung hatte, dass sie im Boden versinken müßte, wenn seine Hand sie nicht trüge, ging sie an Rolf vorbei, das ist wahr, geradewegs zum Fenster, als wäre sie der Aussicht wegen gekommen. Das also ist dein Büro? sagte sie in einem Ton, als wäre nichts vorgefallen. Großartig! Es war die pure Verlegenheit. Ja, antwortete er, das ist mein Büro. Er musterte sie, als käme sie von einer Liebesfahrt. Ich möchte mit dir sprechen, sagte sie Bille ausdrücklich, und Rolf wies sie in den Clubsessel wie eine Klientin, bot Zigaretten an, die in einer großen Schachtel auf dem Schreibtisch waren, sozusagen amtliche Zigaretten. Danke, sagte Sibylle und fragte, wie geht's dir? Und ohne die Betonung zu verschieben, machte Rolf einfach das Echo, wie geht's dir? So saßen sie nun einander gegenüber und rauchten. Rolf hinter seinem großen Schreibtisch, während Sibylle sich wie auf offenem Felde vorkam. Du musst mich entschuldigen, sagte Rolf, in einer halben Stunde habe ich Verhandlung. Und natürlich brachte Sibylle kein Wort heraus. Warum fragte er nicht drunter raus, wo sie gewesen wäre? Oder ganz einfach, warum lügst du? Nun musste sie also nach Pontresina. Pontresina empfing sie mit leichtem Regen und mit einem Schrecken, als hätte Sibylle auf ihrer ganzen Fahrt nicht einen Atemzug lang damit gerechnet, tatsächlich in Pontresina anzukommen. Pontresina bestand darin, dass der Zug einfach nicht mehr weiter fuhr, schlimmer noch, um diese Zeit fuhr auch kein Zug mehr zurück. Sibylle kam sich wie in einer Falle vor. Außer ihr ihre Koffer und ihre Skier auf einen Schlitten geladen hatte, Sibylle folgte in matschigem Schnee. Das verrückte Plakat, es hätte ebenso gut ein Plakat von Capri sein können oder von einem Nordsee Bad, hatte natürlich Februar oder März gemeint, nicht November. Der Portier behauptete zwar, in der Höhe gäbe es ordentlichen Schnee. Was sollte Sibylle im Schnee? Was sollte sie wie in diesem altmodisch erstrangigen Hotel? Eine halbe Stunde lang, ohne ihren Pelzmantel auszuziehen, der jetzt sozusagen ihre letzte Behausung darstellte, saß sie auf dem Bett, hörte einen blechernden Lautsprecher, Donauwalzer über einem menschenleeren Eisplatz unter Scheinwerfern. Später ging sie hinunter in die Bar, bestellte sich einen Whisky, rettete sich in einen Flirt mit irgendeinem Herrn, der zufällig Franzose hässlich gewesen zu sein, und ihr Abschied von Stiller, wir können noch so deutlich einsehen, dass eine Sache zu Ende ist, der Abschied muss ja dennoch vollstreckt werden, ging leider, so sagt Sibylle, nicht ohne schwere Demütigungen, nicht ohne Erniedrigung auch ihrer selbst. Ich protokolliere, Sibylle, damals noch eine leidenschaftliche Sportlerin, tummelte sich in Pontresina und war nur froh, dass Stiller zurück kein Geld hatte, um ihr nachzureisen. Dafür bedrängte er sie mit Anrufen derart, dass der Concierge in ihrem Hotel, bald genug im Klaren über die Unerwünschtheit dieser Anrufe, jedes Mal schon mit einer Grimasse des Beileids kam, um Zürich zu melden. Die nur halbbewusste Hoffnung, es könnte Rolf sein, hinderte sie daran, sich einfach verleugnen zu lassen, auch ging ihr diese unverschämte Concierge-Diskretion denn doch zu weit. Leider nicht, hörte sie den Concierge sagen, Frau Doktor ist eben hinausgegangen, ja, gerade in diesem Augenblick. Und sie stand in der Halle, sah die Mine dieses Edelzuhälters, der wohl mit einem Trinkgeld für besondere Abwehrdienste rechnete, ging in die Kabine, um Stiller anzurufen. Nun war aber Stiller scheint es damals von allen guten Geistern verlassen. Wütend schon, weil er bei Carola, dem italienischen Dienstmädchen, ihre Adresse hatte erbetteln müssen, gab er Töne von sich wie ein Pascha. Was sollte Sibylle ihm sagen? Dass sie Schnee hätten? Ja, ja, ganz ordentlich. Nein, heute sogar Sonne. Ach ja, sehr nette Gesellschaft. Und dann plauderte sie von tollen Fortschritten in der Skischule, von Rücklage und Vorlage, von Schwung aus den Hüften und so fort. Sibylle plapperte wie ein Backfisch, von einem himmlischen Tänzer, ja, ja, der Franzose, von toller Franzose wollte sie heiraten, eigentlich alle, eine fidele Bande, wirklich, und ihr Skilehrer, ein Bündner, war einfach goldig. Ab und zu, während Stiller schwieg, kam die Stimme, drei Minuten sind vorbei, wollen Sie bitte den angezeigten Betrag einwerfen, drei Minuten sind vorbei, wollen Sie bitte, und Sibylle warf ein, als wäre das Gespräch noch nicht kindisch genug. Der Teufel ritt sie. Das war ein ganz schnurriges Gefühl, fand sie jedenfalls ein Gefühl, das viele andere Gefühle verdrängte, und vor nichts hatte Sibylle jetzt solche Angst, wie vor ihren wirklichen Gefühlen. Rolf, ihr Gatte, blieb stumm. Als Stiller dann eines Tages persönlich in der Hotelhalle stand, um zu erfahren, was nun eigentlich los wäre, hatte er offenbar nicht Kraft genug, diese ganz und gar verworrene Frau aus ihrem kindischen Ton zu befreien. Stiller ließ sich von diesem falschen Ton verletzen, und damit war Sibylle die Hilflose auf eine unbarmherzige Weise überlegen. Es muss wie eine Mechanik gewesen sein, kaum spürte sie, dass dieser Mann sich selber leid tat, konnte sie nicht umhin, ihn zu verletzen. Sie spazierten über die Ebene gegen Samaden, Sibylle in schwarzer Keilhose, elegant, sportlich, von der Sonne gebräunt, während Stiller seinen ewigen G.I.-Mantel trug und bleich war wie alle Gesichter aus dem Unterland. Was macht deine Ausstellung? fragte sie. Ist deine Bronze jetzt gegossen? Ihr übermütiger Ton machte ihn stumm und stumpf. Es fiel ihm einfach nichts ein. Erst auf dem Heimweg kam es zu einem etwas wirklicheren, wenn auch kurzen und einseitigen Gespräch. Sie gingen durch girrenden Schnee, Hauch vor dem Mund. Es war bitterkalt, aber schön, links und rechts die Welle von Schnee, die Häuser wie unter weißen Daunenkissen, Sterne darüber, eine Nacht aus Porzellan. Wo wohnst du denn eigentlich? erkundigte sich Sibylle, als man vor dem kitschigen Portal ihres Hotels stand. Bist du morgen noch hier? fragte sie weiter, um den Abschied, wenn möglich den endgültigen einzuleiten. Es war einfach ein solcher Schock für mich, sagte sie in sein Schweigen hinein. Jetzt plötzlich passte es dir, jetzt wo du ohnehin nach Paris fahren musstest. Jetzt hattest du einen bequemen Vorwand, jetzt sollte ich kommen, jetzt war unser Paris auf einmal möglich. In diesem Augenblick siehst du, kam ich mir wie deine Mätresse vor. Stiller schwieg, und ob er begriff, was in ihr zerbrochen war, blieb ungewiss. Was brütete er? Und da sie sonst nichts zu erklären hatte, erkundigte sich Sibylle nach dem Namen irgendeines Sternbildes über dem verschneiten Portal, musste allerdings zweimal fragen, bis Stiller eine Auskunft gab. Ja, sagte sie dann, als hätte es irgendeinen Zusammenhang mit diesem Sternbild, wo werde ich sein in einem Jahr. Ich weiß es wahrhaftig nicht. Vielleicht wirklich drüben in Kalifornien. Es ist komisch, fügte sie hinzu, bei dir weiß man es so genau. Du wirst dich nie verändern, glaube ich, nicht einmal in deinem äußeren Leben. Sie hatte es nicht böse gemeint, spürte aber die Lieblosigkeit ihrer Worte und wollte mildern. Oder glaubst du denn selber, dass du je ein anderer wirst? Sie trennten sich, zum Abschied noch nicht fähig, mit der raschen Verabredung zu einem Frühstück am nächsten Morgen. Zu jenem Frühstück erschien Stiller nicht. Zwei Tage später, als Sibylle aus dem Speisesaal kam, stand er da, ohne dass er auf Sibylle zutrat, wie ein Gespenst. Warum kommst du erst jetzt? fragte sie sofort, ohne sich mit einem Gruß aufzuhalten. »Essen?« fragte er. »Tu nicht?« fragte sie zurück. Stiller war bleich vor Übermüdung, unrasiert. »Wo kommst du her?« fragte sie, und Stiller half ihr in den Pelzmantel, den ein sogenannter Boy, ein Bündner Bub in Zirkus Livré ihr nachgetragen hatte. »Ich habe dich vorgestern zum Frühstück erwartet,« sagte Sibylle und wiederholte ihre Frage. »Wo kommst man gerade durch die Drehtüre hinaus ins Kalte ging? Von Davos?« fragte sie, aber bereits hatte sich der gläserne Flügel zwischen sie und den nachfolgenden Stiller geschoben. »Von Davos?« wiederholte sie nach seinem Austritt aus der Drehtüre. Stiller hatte inzwischen im Sanatorium mit seiner kranken Frau gesprochen. Sein Bericht war kurz und trocken. »Das ist alles,« schloß er. »Warum bist du so erstaunt?« Es ist wahr, den ganzen Sommer hindurch hatte Sibylle es erwartet, erhofft, in Schweigen gefordert. Und jetzt war es ein Schock. Sie kam sich schuldig vor.